Hallo liebe Wurzelfreunde, hört man den Namen Stevia, denken wahrscheinlich die meisten von euch an eine Süßungsalternative zum Industriezucker. Dass wir mit der Stevia aber auch eine Heilpflanze haben, das wissen vielleicht nur weniger. Die Blätter der Stevia, die können wir problemlos nutzen. Ich verwende sie am liebsten getrocknet als Tee, am liebsten in Verbindung mit Zistus-Tee. Gerade bei so Tees wie Stevia oder Zistus kann es sein, dass man die kauft als Badezusatz, also dass da einfach Badezusatz draufsteht, da kann man aber den Verkäufer fragen. Die meisten kann man als Tee problemlos verwenden, nur wegen EU-Richtlinien und Co. darf das nur als Badezusatz verkauft werden. Aber wie gesagt, die Stevia-Blätter, die sind absolut bedenkenlos. Dann zum Tee trinken zum Beispiel. Ein Stevia ist einfach ein Zuckerersatz, der Diabetikern hilft. Ja, klingt absolut komisch, oder? Ist aber so, Stevia senkt den Blutzuckerspiegel. Es hilft sogar die Glucosetoleranz zu stärken. Das heißt, gerade zum Beispiel auch in Südamerika ist Stevia einfach als Heilpflanze bei Diabetes bekannt. Viele Diabetiker berichten auch davon, wenn sie auf Stevia umsteigen, dass sie sich fitter und einfach besser fühlen. Wir kennen es ja schon ein bisschen vom Birkenzucker und so ist es auch bei Stevia, dass im Gegensatz zum Industriezucker, das Ganze nicht nur weniger schädlich gegen unsere Zähne ist, sondern auch noch gesund für unsere Zähne. Also das heißt, Stevia hemmt einerseits den Karies, sorgt auch dafür, dass der Zahnbelag verschwindet oder zumindest sich reduziert und wirkt auch gegen Entzündungen im ganzen Mundbereich. Genauso natürlich auch im Rachenbereich. Aber nicht nur im Rachen- und Mundbereich, sondern generell Stevia hemmt Entzündungen. Sie wirkt außerdem auch antioxidativ, antibakteriell, also gegen Bakterien, antifungizid, also auch gegen Pilze. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch so einen Tee trinken, viele haben ja auch mit Pilzen im Körper zu kämpfen, zum Beispiel auch Darmpilzen. Auch da hilft die Stevia. Sie kann den Blutdruck regulieren, die Verdauung generell auch fördern und wir können sie nicht nur innerlich anwenden, sondern auch äußerlich, um zum Beispiel die Wundheilung zu fördern. Sie wirkt auch blutungsstillend und auch bei Hautproblemen wie Akne, Ekzeme, Insektenstiche und Entzündungen jeglicher Art der Haut, zum Beispiel mit einem Umschlag gedrängt in Stevia-Tee. Ein super Ersatz, nicht nur bei Diabetes, auch bei Neurodermitis oder so Zucker- oder Sorbitunverträglichkeiten. Kann man Stevia einfach auch verwenden als Süßungsersatz. Gerade auch bei Neurodermitis ist so ein Fall, dass man einfach weiß, dass es besser ist, auf Industriezucker zu verzichten, wie zum Beispiel auf Weizen- oder Milchprodukte, um erneute Hautausschlagsschübe zu vermeiden. Gerade auch wegen der antioxidativen Wirkung unter anderem gibt es auch zum Beispiel auch Aussagen von Chemikern, dass Stevia eine krebsschützende Wirkung hat, also eine schützende Wirkung gegen Krebs. Ganz entgegen widerlegten Studien, also es gab früher Studien, die gemeint haben, Stevia wäre krebserregend. Diese, also war eine Studie, die wurde widerlegt. Ja, also war eben nicht korrekt. Stevia kann uns jetzt natürlich nicht unsterblich machen. Und wenn wir einen Tee trinken, heilen. Das ist natürlich etwas, man muss einfach, wenn man eine Heilung unterstützen möchte. Also es wirkt eben unterstützend, wie viele Pflanzen, wie zum Beispiel auch der Zistus, die, über den ich schon mal gesprochen habe. Dann natürlich auch als Kur über mehrere Wochen auf jeden Fall hinweg. Aber abgesehen davon ist sie auf jeden Fall einfach eine Pflanze, deren unterstützende Wirkung wir uns zunutze machen. können und eben auch ein super Ersatz zum Industriezucker. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen und gefallen. Als kleine Anregung, ich verwende die Stevia einfach wahnsinnig gerne in Kombination mit dem Zistus-Dee. Das trinke ich gerne so zwei-, dreimal am Tag. Eine Tasse, wo ich einfach zur Hälfte Zistusblätter und Stevia-Blätter nehme und das Ganze aufgieße als Tee. Und kann einfach wirklich nur sagen, dass ich da sehr überzeugt davon bin und mir das weiterhilft. Ich finde, die beiden sind in Kombination auch ein Spitzenteam. Ist zum Beispiel auch eine Sache, wo Ärzte, die gerne auch so eher alternative Behandlungsmethoden unterstützend zu den normalen Methoden verwenden. Auch so eine Sache, dass man da auch eine gute unterstützende Wirkung bei Kindern mit Autismus zum Beispiel zuschreibt. Einfach weil da auch ein bisschen so der Fall gegeben ist, dass die schwerer Schadstoffe aus dem Körper ausleiten können. Dann eben so gerade Schwermetalle und so, da ist das eben eine super Kombi auch Zistus und Stevia auch so für das bessere Gefühl eben. Ja, somit hoffe ich euch ein bisschen weiter geholfen zu haben. Fragen gerne in die Kommentare, ich beantworte sie soweit ich kann. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!